Also den tun sie mich ja eh nicht. Die sind auch in dieser... So, wo gehe ich denn als nächstes lang? Ich würde sagen... Warte mal, 1, 2, 3... 4, 5... Hab ich noch irgendwo einen vergessen? 1, 2, 3... 4, 5, 6... Genau. Machen wir den hier jetzt? Oh, edler Mann. Oh, edler Mann! Oh! So weit weg... Aber dafür sind die anderen mehr oder weniger dicht auf einem Fläch. Nein, das Rennen muss aussehen. So. Jetzt. So, eigentlich gerade auf. Ach so. Noch weiter. Aber allzu weit kann ich nicht mehr entfernt sein. Das kann dir doch scheißegal sein. Ja, wo ist der Punkt? Warum auch hier unten? Es ist recht einfach, mein Freund. Wenn ihr Pflege wollt, müsst ihr euch dem neuen Herrscher unterwerfen. Ungesehen, ein Attentat auf den Doktor durchführen. Hey, wer ist das da drüben? Nein, nein. Ihr habt die Wahl. Unterstützt die Medici, die wir bis Florenz schon lange verlassen haben, oder akzeptiert... Nö, nö. Nö, nö, nö. Eigentlich, rangtierisch, musste ich jetzt bloß hinlaufen und... ...wir kümmerten uns nur um weltliche Dinge und Freuden des Fleisches. Hab dich! ...und der nächsten. Anscheinend rauschte ich mich. Und jetzt werdet ihr schlafen. Euer Tod dient einem Zweck. Requiescat in Pace. Ist jetzt ja aber nett. Äh... Ja, sobald ich... ...sobald ich weiß, wie ich rauskomme. Er ist mir bekannt. Er kann uns nicht weglaufen! Alter, bist du denn bescheuert? Ja, du musst da sein! Und jetzt geht's, wie sollt ihr jetzt das? Ja! Gut. Gut. Das wäre leer, dass das öfteren durchlaufen muss, diese Sequenzen. Verdammt, ich habe keinen Apothekerbedarf mehr. Aber auf dem Weg hierhin haben wir zwei Ärzte, die werden wir vielleicht ansteuern. Sorry. Siehste, da haben wir schon mal einen Arzt. Erstmal alles voll kaum. Ich habe noch nicht einmal die Giftklingel ausprobiert. Kommt wieder, wenn ihr mich braucht. Wach, zu Hilfe! So. Hier stimmt was nicht. Wo sind die Menschen? Wo ist der Eingang? Da muss ich wohl auf den Heerkönlichen Giftkling. Wieso auch nicht? Wieso auch nicht? Ja, exzellent. Savonarola warnte mich, dass sich jemand gegen uns stellen würde. Also habe ich diese Falle gestellt. Um die zu erwischen, die den Helden spielen wollen. Es erwies sich als unterhaltsam und effektiv. Lasst uns beginnen. Was willst du kleine Spacken? Was willst du kleine Spacken? Alter, du kleine Spacken, ne? Okay. Zurück. Mein Gott, da werde ich mich. Loslassen! Hinfort. Hm. BAM. War ich denn wirklich so? So stolz und brutal? Nein. Savonarola hat euch verhext. Tate das? Oder war ich es, der Macht kostete und berauscht wurde? Ich wünschte, ich wäre stärker gewesen. Ich auch. Es tut mir leid, doch es gibt keinen anderen Weg, wie wir es got in Pace. Ach, hätte ich bestimmt einen anderen Weg gegeben. Man hätte vielleicht nur ein bisschen überlegen müssen, aber naja. Sag mal, hörst du wohl auf, du dummes Arschloch! Ich geh krepieren! Alter, da ist die Rüstung schon wieder viertel kaputt. Alter, da sind auch gleich wieder so viele auf, ne? Aus dem Weg! Oh! Oh! Oh, dann ist das hier das nächste. Gehen wir hier hin und machen dann die beiden zum Schluss da. Da wollte ich doch hin. Oh, bitte, Herr! Äh, hier ist auch auf seine Ahnung und Weise wichtig. Außer, die machen die Apple. Der Befehl ist einfach. Bewacht diese Felder und passt auf, dass diesen Heubündeln nichts passiert. Hört sich vielleicht einfach an. Es ist aber eine sehr wichtige Aufgabe. Den Bauern töten, ohne seine Leute zu alarmieren. Das könnte schwer sein. Ohne diesen einfachen Rohstoff fehlen dem Widerstand die Mittel. Und dann müssen sie aufgeben. Die Kommt mal hier. Oder ich werfe dich! Es haben sich schon viele umgeschlossen. Sie brauchen Kleidung, Nahrung, Obdach, Wärme. Und alle das bietet Ihnen das Heu. Ich höre euer Murren. Ihr denkt, dieser Posten wäre Zeitverschwendung. Doch wir müssen verstehen. Unser Überleben hängt davon ab, dass wir Eigenschutzschützen. Ihr glaubt mir nicht, oder? Ich erkläre es euch. Das Heu ist Futter für unsere Pferde, die wiederum ziehen unsere Karren, welche unsere Waden in die Städte bringen, wo wir Handel treiben können. Leider wurde ich entdeckt. Ich habe gedacht, es wird klappen. Schade. Das geht dir ein Scheißräger an. Es haben sich schon viele angeschlossen. Sie brauchen Kleidung, Nahrung, Obdach, Wärme. Und all das bietet Ihnen das Heu. Ich höre euer Murren. Ihr denkt, dieser Posten wäre Zeitverschwendung. Doch ihr müsst verstehen. Unser Überleben hängt davon ab, dass wir unser Eigentum schützen. Ihr glaubt mir nicht, oder? Ich erkläre es euch. Das Heu ist Futter für unsere Pferde, die wiederum ziehen unsere Karren, welche unsere Waden in die Städte bringen, wo wir Handel treiben können. Heu ist also die Grundlage unseres Lebens. Und dann ist da unser Vieh. Kühe und Schafe brauchen Heu unter anderem als Futter. Und wie ihr wisst, geben sie uns noch vieles mehr. Und wie ihr wisst. 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 Und wie ihr wisst